Gut, dann wollen wir mal Lucis Freund suchen, ne? Wir wollen keine Begleitung, wir gehen allein! Nein, ich hätte gerne Begleitung, bitte! Hör da! Was ist da Kacke? Glühbirne ist kaputt. Fangen wir hier irgendwo Glühbirne rumzulegen? Läuft ja fern, ne? Läuft ja fern, ne? Nicht? Nicht? Nein. Die sieht aus wie die aus der aus The Ring. Die ist unten im Keller. Ja. Ah, Sadako, glaube ich. Sadako hieß die. Hallo, Biene. Lass mich raten, wir sollen runter in den Keller. Sicher doch, sicher doch. Biene, wir sind im nächsten Kapitel. Wir spielen jetzt gerade das Kapitel Lucy. Meiner Meinung nach das schlimmste Kapitel. Ich weiß, es gibt Leute, die finden das Dolores-Kapitel schlimmer. Ich finde Lucy schlimmer. Na, wie läuft's bis hier? Gut, aber wir haben auch noch nicht so viel gemacht. Ja, wir haben jetzt eben noch mal so ein bisschen im Haus rumgeguckt, während alles normal war. Äh. Und haben dann das Lucy-Kapitel gestartet. Das habt ihr auch gerade gehört, oder? Es ruckelt, es ruckelt ganz doll. Oh no, ich wei- Oh, ich erinnere mich. Du konntest sie irgendwie nur im Blitzlicht sehen. Da. Flasche ist leer. Fuck, 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 fuck. Flocke, ganz, ganz schlechte Idee. Du siehst die Sachen halt wirklich nur. Wir müssen rechts rum. Oh Gott, das ist jetzt doch was. Ich hab übelste Gänsehaut gerade. Ich wünsche dir auch einen wundervollen guten Abend. Oh Gott. Bleib mir vom Leib, bitte. Oh Gott. Geh, geh doch weg. Was tut sie? Okay. Das ist ne Spritze. Äh, ja, dann viel Spaß. Viel Spaß, Flocke. Also, daran konnte ich mich noch erinnern mit dieser Kamera hier. Schrecklich. Schrecklich. Geh, 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 geh. Ganz furchtbar. Flasche ist leer. Ja. Ja. Oh Gott. Ich bin großartig. Ich bin großartig. Ich bin großartig. Oh Gott. Ja, gleich ist der Film leer, ich glaube auch. Ich hätte gerne dritte Hand für das Feuerzeug oder so. Oh, mein Gott! Ohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho Ui. 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 Ähm. Er, Wiene, mich auch. Ich habe gedacht, das wäre eine gute Idee, da nochmal auf den Flur zu gehen, aber nein. Oh, da hat es mich auch gerade so ein bisschen zerrissen. Oh, wow. Oh, wow. Oh, ja, Wiene. Boah, ich habe gerade einen Puls von 180 gefühlt. Hallo Morpher. Das vergleiche ich dem Untergang gemeint. Ja, willkommen in meinem Stream. Es ist jedes Mal das Gleiche. Wir haben mit dem, ähm, Lucy-Kapitel angefangen. Meiner Meinung nach das schrecklichste Kapitel. Wir haben gerade die Kamera gefunden, mit der wir überhaupt wissen, wo wir hin müssen. Das schrecklichste Mal. Das schrecklichste Mal. Das schrecklichste Mal. Ich bin ganz ehrlich, ich bin ganz ehrlich, ich habe eigentlich gerade gar keinen Bock, dieses Haus zu erkunden, ne? Ich will eigentlich nur, dass es möglichst schnell vorbei ist. Das schrecklichste Mal. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Geht das auch, ne? Ich kann keinen Blitz mehr machen. Ich kann keinen Blitz mehr machen. Ich muss da auf die Wand zulaufen, oder? Leeroy! Leeroy! Ich komme da halt nicht raus, ne? Den klemmt. Jetzt ist die Tür wieder offen. Lebst du noch? Oh, hör doch auf! Wieso? Bist du ruhig hier gewesen? Ja, ich lebe noch. Ja, weil ich hochkonzentriert bin. Und viel Spaß beim Essen, Jimin. Ich wünsche dir einen guten Appetit. Das leuchtet rot. Das leuchtet rot. Das ist nicht gut. Gut. Wenigstens fragt er hier. Also Lucy hat irgendwie ein Problem. Mach die Tür zu! Mach die Tür zu! Das ist nicht gut. Also Lucy hat anscheinend irgendwelche Medikamente oder so per Spritze gekriegt. Galt. Galt war schuld, ne? Guilty. Wir sind also an irgendwas schuld. Ich habe keine Ahnung, ob ich hier fotografieren muss. Ich tue es einfach. Also Lucy, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist ja das Kind der Familie. Wir haben jetzt eine Spritze gefunden. Also hat sie irgendwelche Medikamente oder so bekommen? Oh, Riesenpanda. Wäre das nicht so gruselig, wäre der voll cool. Oh, ich habe gerade gedacht, das sieht voll aus wie so kleine Pikmin. Oh, ich glaube nicht nur mit Hasi. Nicht nur Hasi hat hier ein Problem, du. nicht nur Hasi hat ein Problem. I am Lucy. Hello Lucy. I want to be your friend, Lucy. Hier, cool. Friend did it. I am Lucy. Ich brauche seinen kleinen Schlüssel. Haha. Diese Augen finde ich gerade extrem... extrem verstörend. Ja, also sie hat immer irgendwelche Spritzen bekommen. Wir haben die Spritze gefunden und... Ich bin bei dir. 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 Das ist nicht das, Lucy. Ihr Eltern werden nicht verstehen, Lucy. Nur Sie können verstehen. Geh weg, Lucy. Geh weg, Lucy. Geh weg. Geh weg, Lucy. Geh weg, Lucy. Geh weg, Lucy. Geh weg. Was ist jetzt so fast, dass du ausgehört? Ähm... 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 Was? Was ist so... Das Spiel konnte nicht automatisch gespeichert werden, was? Warum nicht? Spiel speichern! So... Okay... Ich hab mir jetzt eine Platte gefunden... Okay, das ist das von Dolores... Ich will wenigstens raus selber sehen... Oh Gott... Das sind halt irgendwie so viele Schalter... Ah... Hier sind die ganzen Lichtschalter abgebaut worden... Oh, wie fies! Oh, wie fies! Oh, wie fies! Oh... 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 Oh, oh... Untertitelung des ZDF, 2020